Ja, und durch Ben haben wir ja mittlerweile auch seine Schwester Sarah kennengelernt. Herzlich willkommen bei uns, Sarah. Vielen Dank für die Einladung. Und ich weiß, du liebst die französische Sprache und vor allen Dingen Lieder, die Geschichten erzählen. Absolut. Und so haben wir uns beide eigentlich so ein bisschen in einen Chansonschlager verliebt, der zum Welthit wurde. Das bleibt immer ein Geheimnis. Sarah Zucker. Warum der alte Stern, die gute Erde, sich ewig drehen muss durchs Himmelsblau? Ja, das bleibt immer ein Geheimnis. Das weiß niemand so ganz genau. Ja, das bleibt immer ein Geheimnis. Das weiß niemand so ganz genau. Warum spricht der alte Mann in seinem Garten zu den Blumen wie mit seiner Frau? Ja, das bleibt immer ein Geheimnis. Das weiß niemand so ganz genau. Ja, das bleibt immer ein Geheimnis. Das weiß niemand so ganz genau. Warum tun wir, wenn wir von Liebe reden, als gäb's nur Liebe zwischen Mann und Frau? Ja, das bleibt immer ein Geheimnis. Das weiß niemand so ganz genau. Ja, das weiß niemand so ganz genau. Ja, das bleibt immer ein Geheimnis. Das weiß niemand so ganz genau. Schöne nicht so ganz genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020